Meine sehr verehrten Herren und Damen, liebe Frau Oberbürgermeisterin Steinruck, liebe Schüler und Schülerinnen, heute gibt es wahrlich Grund zu feiern in Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen wird fair. Und zu dieser tollen Auszeichnung gratuliere ich Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Leitmotiv für meine ganze Regierung. Und gerade befinden wir uns ja als Gesellschaft in einem, naja, ich sage immer Veränderungsjahrzehnt. Es geht darum, die Weichen für eine nachhaltige Zukunft für Rheinland-Pfalz zu stellen. Wir müssen unser Leben und Wirtschaften so gestalten, dass wir nachkommenden Generationen, also euch, liebe Schüler und Schülerinnen, ein lebenswertes Rheinland-Pfalz hinterlassen. Und seit 2018 arbeiten Sie ja alle ganz engagiert für eine nachhaltige Stadt. Ich muss Ihnen also gar nichts erzählen. Dass Ludwigshafen als 800. Stadt in Deutschland und als 37. Kommune in Rheinland-Pfalz den Titel Fair Trade Town nun erhält, das ist ihr aller Verdienst. Und besonders möchte ich hervorheben, dass die berufsbildende Schule Wirtschaft 2 gestern die 38. Fair Trade Schule wird in unserem schönen Bundesland. Herzlichen Glückwunsch also. Ich freue mich über Ihre hervorragende Zusammenarbeit, denn den Weg in eine fairere und nachhaltigere Zukunft können wir nur gemeinsam gehen. Allen Anwesenden, Unterstützern und Unterstützerinnen möchte ich also von ganzem Herzen für Ihren tatkräftigen Einsatz danken. Mit Ihrem Engagement leisten Sie einen total wichtigen Beitrag für eine solidarische und gerechte Welt. Ich wünsche Ihnen allen eine fröhliche Feier und weiterhin viel Kraft und Freude für die zukünftigen Herausforderungen. Und Sie zeigen auch, Fair Trade Stadt zu werden macht eben auch Spaß. Alles Gute!